Die Kulisse für die Schweriner Schlossfestspiele 2021 ist eindrucksvoll. Der angedeutete Schiffsnachbau der Titanic vor dem Schweriner Schloss. Doch während uns das gleichnamige Musical in die untiefende Theatralik reißt, dürfen wir am 15. Juni den Jazz-Olymp erklimmen. Dieter Ilk und Wolfgang Hafner kommen mit ihren Trios. Wir trafen die Organisatorin der Schweriner Jazznacht, Marianne Wörle-Braun. Mit Dieter Ilk haben wir einen der fantastischsten Bassplayer Europas auf jeden Fall und mit Wolfgang Hafner einen der bekanntesten Jazz-Drummer, die es gibt. Er spielt wirklich mit den ganz Großen in dieser Welt und ist unterwegs in der ganzen Welt, so wie Dieter Ilk auch. Das Dieter Ilk-Trio hat in den vergangenen Jahren mit Klassik-Projekten auf sich aufmerksam gemacht. In diesem Video aus dem Jahre 2017 wird Bach neu interpretiert. In Schwerin wird Beethoven im Mittelpunkt stehen. Wolfgang Hafners Stil ist unverkennbar. Ein steter Fluss aus Spielfreude und Leidenschaft. Sein Programm am ganz bescheiden Hafner plays Hafner. Marianne Wörle-Braun gelingt es immer wieder, die Besten des deutschen Jazz nach Schwerin zu lotsen. Keine einfache Aufgabe, da Mecklenburg-Vorpommern nur eine sehr überschaubare Jazzszene vorweisen kann. Unterstützung hatte die Jazz-Enthusiastin vom Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. In der Kulisse, in dieser wunderbaren Kulisse, wird noch mal eine Bühne für die beiden Trios errichtet werden. Die gesamte Technik für den Sound dieses Trios läuft extra. Wir können nicht über diese Technik, die für das Musical da ist, können wir dieses Konzert nicht abnehmen. Es muss Technik, Licht, es kommt alles noch mal gesondert dazu. Ein erheblicher Aufwand. Damit sich dieser lohnt, müssen am 15. Juni viele Jazzfreunde nach Schwerin auf den alten Garten kommen. Hier gibt es Jazz vom Feinsten vor einer großen Kulisse. Mehr Infos und Tickets gibt es unter www.schweriner-jazznacht.de